Hallo zusammen und herzlich willkommen. Heute ist das zweite Video von den Schlafkopfhörern von Soundcore Sleep A10 und zwar das Fazit Video. Ich habe die jetzt um die zwei Wochen getestet und ich möchte mit noch ein paar Sachen, also Annahmen die ich im ersten Video getroffen habe, möchte ich noch ein bisschen aufräumen und natürlich dann das Fazit abgeben, wie sie sich so machen, wenn man mit diesen Kopfhörern schläft. Also erstmal möchte ich mit ein paar Sachen aufräumen und zwar es sind keine Noise Cancelling Kopfhörer. Das war eine Annahme von mir, dass ich eigentlich dachte, es wären Noise Cancelling Kopfhörer. Sind es nicht. Das erklärt auch, warum in der App oder warum die App nach der Installation nach dem Mikrofon nach der Mikrofon Freigabe fragt. Ganz einfach, weil die App tatsächlich das Mikrofon von dem Gerät benutzt, um die Lautstärke anzupassen. Also das das Mikrofon von dem iPhone zum Beispiel vom iPad misst dann die ganze Zeit und sagt okay die Umgebungsgeräusche sind etwas lauter, also passe ich die Lautstärke an. Also adaptives Anpassen der Lautstärke. An sich zwar okay, auf der anderen Seite allerdings muss dazu auch das Gerät die ganze Zeit laufen. Da bin ich kein Freund davon, wenn das Gerät einfach die ganze Nacht durchläuft, um nur damit das Mikrofon quasi Hintergrundgeräusche oder damit das Mikrofon Geräusche aufzeichnen kann oder messen kann. Da kommen wir noch mal zu dem Punkt, den ich beim ersten Video schon angesprochen hatte. Sie haben wirklich keine eingebauten Mikrofone. Deswegen eben auch kein Noise Cancelling oder kein Noise Cancelling Kopfhörer. Das führt halt dazu, dass man damit eben nicht telefonieren kann. Das muss einfach bewusst sein. Telefonieren funktioniert damit nicht. Die Intention verstehe ich dahinter. Allerdings denke ich mir, wenn ich jetzt auf Reisen bin, heißt das natürlich auch zwangsläufig, ich muss immer zwei paar Kopfhörer eigentlich mitnehmen. Wenn ich jetzt die benutzen möchte, um besser schlafen zu können zum Beispiel. Ich brauche aber auch Kopfhörer, um zum Beispiel zu arbeiten oder sagen wir Videocalls zu machen oder zu telefonieren, dann geht das damit nicht. Musik und so weiter geht natürlich. Das sind ja Bluetooth Kopfhörer. Also man alles, was nur in eine Richtung geht als alles, was nur mit Hören zu tun hat, funktioniert wunderbar. Alles, was mit Sprechen zu tun hat, logischerweise dann nicht. Dann kommen wir noch mal kurz auf die Schlafdaten zu sprechen. Die App kann ja Schlafdaten prinzipiell aufzeichnen. Dazu muss sie aber genauso laufen. So wieder bei dem ersten Punkt, um auch das Mikrofon zu benutzen für die adaptive Lautstärke, muss genauso die App die ganze Zeit laufen, um die Schlafdaten aufzuzeichnen. Zumindest hat es bei mir nichts angezeigt. Also ich konnte keine Schlafdaten bei mir finden, obwohl die App drauf ist. Also ich hätte gedacht, dass die Kopfhörer die Schlafdaten autark aufzeichnen können, also auf sich selber speichern können, genauso wie diese Umgehungsgeräusche und dann halt synchronisieren. So wie man das jetzt zum Beispiel von Smartwatches oder so kennt, dass die sich dann wieder synchronisieren, wenn sie wieder Verbindung haben oder wenn man die App öffnet. Dem ist aber hier nicht so. Dann möchte ich noch mal kurz auf den Double-Tap eingehen, den man einstellen kann in der App. Und zwar wenn man hier drauf drückt, dass es tatsächlich, also es kein Touch fällt, sondern es ist wirklich, ich sag mal wahrscheinlich mit Erschütterung. Also eher der Kopfhörer oder der In-Ear-Hörer merkt, wenn man drauf drückt. Das funktioniert gut. Man muss sich bewusst sein, dass man schon fast ein bisschen aufs Trommelfell klopft. Dadurch, dass sie natürlich schon im Gehörgang drinnen stecken, merkt man das auch entsprechend stark, wenn man da doppelt drauf drückt. Weil man muss auch ein bisschen fester drücken. Aber das ist okay. Es ist kurz vor Schmerzgrenze, sag ich mal, aber es ist vollkommen in Ordnung. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt schmerzt im Ohr, aber man klopft halt schon gut in den Gehörgang rein. Die Lautstärke der Geräusche, die hier lokal drauf gespeichert werden können, also in der App könnt ihr verschiedene Geräusche da drauf laden und dann sind die lokal darauf gespeichert. Dann brauchen die Kopfhörer keine Bluetooth Verbindung mehr. Und die Lautstärke, das war mir beim ersten Video nicht ganz klar, ob man die Lautstärke anpassen kann, geht in der App. Also unabhängig von diesen adaptiven Lautstärke anpassen mit dem Mikrofon in dem Gerät, kann die Lautstärke auch direkt in der App angepasst werden. Also das funktioniert ohne Probleme. Und der Akkustand nach einer Nacht, es war bei mir zumindest meistens um die 50 Prozent. Man sieht ja den Akkustand im iPad oben auch in der Statusleiste, aber nur sehr ungenau, sag ich mal. In der App selber sieht man nochmal den Akkustand ein bisschen genauer, aber auch nicht per Prozentzahl, sondern mit vier Balken. Links und rechts allerdings getrennt, also es könnte ja sein, dass die Ohrhörer unterschiedlichen Akkustand haben. Dann sieht man das da drin relativ genau, also 25, 50, 75, 100. Und bei mir waren es meistens um die 50 Prozent am nächsten Tag. Also sie schalten sich tatsächlich dann nachts irgendwann ab, wenn sie halt merken, okay, dass der Mensch schläft, ich muss nichts mehr tun. Ich gebe zu, meistens werde ich nachts auch irgendwann mal munter zwischendurch und dann packe ich sie mir sowieso raus. Aber ich lege sie nicht in die Ladeschale zurück, sondern ich lege sie wirklich nur hin und dann machen sie aber auch immer schon aus. Wenn man sie in die Ladeschale legt und die Ladeschale zumacht, dann gehen sie ja automatisch auch aus. Aber ansonsten würden sie eigentlich anbleiben. Aber hier tatsächlich am nächsten Tag noch 50 Prozent gehabt und sie haben auch keine Geräusche mehr von sich geben. Also auch wenn ich sie dann weggelegt habe, haben dann nicht die Geräusche weiter, waren nicht weiter zu hören. Das wäre dann ein bisschen nervig. Also von dem her, das funktioniert wunderbar. Das bringt mich jetzt gleich zum generellen Fazit. Der Preis von diesen wunderschönen, zugänglichermaßen wunderschönen Kopfhörern, also optisch, und auch das Case, muss ich sagen, hat sich wirklich bewährt, funktioniert wirklich gut. Ist ja um die 180 Euro, glaube ich. Ich hatte Glück. Ich hatte einen Gutschein, weil vielleicht das war so die erste Woche, wo die eingeführt wurden. Ich weiß es nicht genau. Ich habe sie ein bisschen günstiger bekommen. Und ja, auch hier der Transparenz. Ich habe mir die wirklich selber gekauft von meinem Geld und benutze sie auch wirklich. 180 Euro ist schon relativ viel für ein paar Kopfhörer, die nicht Noise Cancelling sind, mit denen man nicht telefonieren kann. Allerdings ist die Intention der Kopfhörer halt eben auch eine andere. Die Intention ist, du sollst besser schlafen. Das sind Schlafkopfhörer. Die sind ganz klar auch dafür ausgerichtet. Das Fazit beim Schlafen jetzt nach zwei Wochen ist, ich schlafe tatsächlich besser. Also sie funktionieren für mich wunderbar, was aber einem bewusst sein muss, auch wenn sie sehr flach sind und sehr gut mit dem Ohr abschließen. Nichtsdestotrotz, wenn man auf dem Kissen liegt, als Seitenschläfer, also das Ohr auf dem Kissen, man merkt es schon, dass sie gegebenenfalls ein bisschen verrutschen im Ohr, was sich ja dann auch auf den Sound auswirkt. Und das ist halt für mich persönlich immer ein bisschen nervig, wenn man auf der einen Seite das Ohr, was halt in der Luft hängt, quasi einen sehr guten Sound hat. Und auf der anderen Seite hat man dann doch, je nachdem, wie man liegt, merkt man, dass sie nicht richtig abdichten. Und dann wird der Sound ein bisschen, das merkt man bei In-Ear-Kopfhörern funktioniert das ja auch nicht. Wenn ein In-Ear-Kopfhörer nicht richtig sitzt, ist der Sound auch sehr flach plötzlich. Das ist hier genau das gleiche Prinzip. Das heißt, man muss schon versuchen, auch wenn man auf dem Ohr liegt, dass die Kopfhörer richtig sitzen. Das funktioniert in 90 Prozent der Fälle. Das muss man ganz klar sagen. Manchmal ist es halt ein bisschen, wenn man auf dem Kissen ein bisschen hin und her rutscht, kann es ein bisschen nervig sein, aber es funktioniert. Nach der ersten Nacht, muss ich auch sagen, haben sie sehr gedrückt, also nachher haben meine Ohren echt wehgetan oder die Gehörgänge sehr wehgetan. Das hat sich aber ab der zweiten Nacht tatsächlich gelegt. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht haben sich auch diese Gummi-Aufzieher, diese Gummi-Nupsis, ich weiß immer noch nicht so genau, die Tabs, vielleicht haben die sich auch ein bisschen angepasst. Das kann sein. Auf jeden Fall, ich habe hier die kleinsten drauf. Hier hinten habe ich nochmal gewechselt, diese Bügel. Da habe ich ein bisschen größere drauf gemacht, weil die Bügel müssen ja hier oben in dieser Ohrmuschel sitzen. Da habe ich ein bisschen größere drauf gemacht oder vielleicht sogar die größten, ich weiß es nicht. Bei den All-Tabs habe ich die kleinsten drauf gemacht und es funktioniert wirklich gut. Sie sitzen sehr gut. Der Sound ist auch tatsächlich sehr gut, muss man sagen. Also wenn man damit Musik hört, funktioniert top. Da kann man überhaupt nichts sagen. Also da hat Soundcore einen sehr guten Job gemacht und wenn man dann eben auf der Seite liegt, muss man einfach ein bisschen schauen, wie man sich positioniert. Sagen wir es mal so. Funktioniert aber gut und ab der zweiten, dritten Nacht hat es auch nicht mehr gedrückt im Gehörgang. Das heißt, ich benutze sie tatsächlich jede Nacht, jeden Abend. Ich packe sie rein, streamen noch irgendetwas und irgendwann schlafe ich ein und nachts, wenn ich mal wach werde, dann nehme ich sie raus, packe sie weg und am nächsten Tag, am nächsten Früh lege ich sie zurück in die Ladeschale und sie laden wieder und sind am nächsten Tag wieder ready. Funktioniert also sehr gut. Generell das Fazit, für den Preis nicht ganz billig, das muss man ganz klar sagen, aber sie machen ihren Job und sie machen ihn verdammt gut. Von daher, für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich nutze sie total gerne. Man muss aber eben sagen, billig sind sie nicht gerade, was ja auch gut sein kann, weil sie eben nicht billig sind, sondern sie sind tatsächlich sehr wertig. Also von daher, für mich eine Kaufempfehlung und für euch eine Kaufempfehlung, wenn ihr genau sowas sucht und genau sowas braucht, weil auch wenn sie etwas teurer sind, aber ein guter Schlaf oder einfach gut einschlafen zu können, weil man vielleicht eben keine Umgehungsgeräusche hört oder weil man, warum auch immer, das einfach braucht, um einzuschlafen, das kann man kaum mit Geld aufwiegen, sage ich mal. Und ich schlafe sehr gut, besser, also ich schlafe jetzt besser definitiv mit diesen Kopfhörern, von daher, für mich hat es sich absolut gelohnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat es was gebracht und ich hoffe, das Fazit, ich könnte jetzt nochmal rüberbringen, wie die Kopfhörer wirklich funktionieren. Wie gesagt, für mich top, also wirklich top Kopfhörer. Ich habe fast weniger erwartet und habe mehr bekommen, habe ich so das Gefühl. Also nach der ersten Nacht, ab der zweiten Nacht hat es wirklich gut funktioniert. Von daher Fazit, für mich top funktionierend und ich hoffe, euch da draußen hat es ein bisschen geholfen oder hat euch vielleicht die Entscheidung, wenn ihr euch entscheiden wollt, diese zu kaufen, einfacher gemacht oder die Entscheidung ist damit getroffen. Das würde mich freuen. Ansonsten schreibt mir Kommentare, wenn irgendwas falsch ist, wenn ich vielleicht noch etwas testen sollte, könnte, was euch interessiert. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.